Das erste Wort, das mir einfällt zu dieser Produktion ist Gold. Für mich das ist Schicksal. Schicksal mein Leben, dein Leben, mein Volk, meine Kultur, unser Sohn. Ich bin total gespannt, um mein Debut hier in Dortmund zu machen. Das wird für mich das erste Mal und das ist wirklich ein Genuss. Für mich ist es etwas Besonderes in Dortmund zu singen, denn ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen. Und die letzte Produktion, die ich hier versucht habe, ist quasi an Corona gescheitert mit einer Geisterpremiere. Und insofern brenne ich darauf, mich dem Publikum vorzustellen. Ich habe natürlich die ganze Familie alarmiert. Niemand hat mir eine Ausrede. Alle sollen kommen und ich glaube, es braucht auch niemand eine Ausrede. Das ist das, ja? Das ist perfekt. Vene, vene! Vene, vene!